Hier war doch gerade eben ein Typ. Wo ist der hin? Der war doch gerade eben hier. Da ist der. Hi jo! Max... Maxmon. Ist wer Single? Really? Hi, wunderschönen guten Tag und willkommen zu ClickIt! Das ist ein Spielmodus auf dem Playminity-Server und du sammelst hier... Oh, wie ich hier gerade schon mache, die ganzen Blöcke ein. Der lag ein bisschen rum. Du sammelst diese ganzen Wollblöcke ein. Und dann hast du unten in meinem Inventar... Irgendwie leckt der Server bei mir einfach ultra. Ich habe immer wieder so Standbilder ganz kurz. Finde ich nicht cool. Du sammelst halt die Wollblöcke, dann hast du unten so eine 14 jetzt gerade stehen. Dann machst du gleich folgendes. Passt mal auf. Die roten bringen übrigens 5 Klicks und andere Blöcke bringen halt verschiedene. Guck, das sind alles weiße Wollblöcke. Warum kann ich die nicht kaputt machen? Ein bisschen sehr OP, ne? Aber fände ich ganz geil. So, dann machst du ja so folgendermaßen. Und dann klickst du dich so durch dein Glück ein bisschen durch. Guck mal, haben wir schon coole Sachen bekommen. Machen wir mal hier. Guck mal. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Ist auch so blinde Sachen. Ah, ich habe keine Punkte mehr. Wunderbar. Und dann hast du die Sachen hier eben rausnehmen. So und so. Ein Kuchen auch. Healing. Guck mal, haben wir ein Healing bekommen. Snowless, Verlangsamung, Fire. Blindness. Also alle Sachen bringen dir irgendwas cooles. Es ist jetzt nicht so, dass ein Knochenbild Knochenbild ist. Also ein Knochen Knochen ist und so. Und er bringt eben coole Gadgets. Finde ich ganz nice eigentlich. Guck mal, da hätte ich 5 Klicks da oben. Ich will da oben hingehen zu dem Turm da oben. Leute, wir haben jetzt, äh, kurz vor Neujahr. Wir haben jetzt, glaube ich, den 30. Morgen ist Silvester. Und, ähm, da ich momentan super wenig Zeit habe, trotzdem gerne für euch ein paar Videos rausschauen würde, würde ich ganz gerne bis zum 6. Also quasi eine ganze Woche lang, jeden Tag so ein Minispiel raushauen. Natürlich ab und an nochmal Commentary, wenn es sich eben anbietet. Und andere Spielmodi eben. Ähm. Aber vorzugsweise halt auch wirklich irgendwelche Spielmodi. Da habe ich ein Schwert endlich mal bekommen. So, perfekt. Werfbarer Trank der irgendwas. Schnelligkeit. Ähm. Und deswegen schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne für Spielmodi sehen würdet. Irgendwie so, sei es irgendwie, ja, keine Ahnung, The Lab oder so, oder Hot Potato von, von Gomme oder, oder, oder. Irgendwelche Spielmodi. Und da werde ich halt gucken, dass ich halt pro Tag einen Spielmodus raushaue. Ähm. Und halt vielleicht noch eine Folge FIFA und halt eben die Roomtour, die auch noch morgen kommt und die Tage halt irgendwie und, äh, andere Spielmodi, äh, andere Sachen, Commentary eben. Halt eben so, wie ich es schaffe. Aber ich habe halt zeitlich gesehen, äh, nicht so viel Zeit gesehen. Keine Ahnung. Und, ähm, ja. Was ich auch noch ganz gerne wissen würde von euch, was ihr denn so Geiles bekommen habt zu Weihnachten. Jetzt nicht schreiben wir Geld oder so. Das hat ja, glaube ich, jeder von uns bekommen. Irgendwas Geiles. Hund, Katze, Maus. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der Art. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwas Geiles halt. Wenn ihr was bekommen habt, was ihr unbedingt schreiben wollt, vielleicht so ne, so ne, so ne, kenn die diese Fake-PS4-Sachen, die jetzt auch immer wieder kursieren in Internet-Videos und so. Oh, Leute. Oh Gott, ich muss schnell klicken. Klick dich um dein Leben. Oh. Okay. Kurz mal wechseln hier. Wir haben 21 Pfeile. Das reicht, glaube ich. Oder? Nee, wie viele haben wir? Hä? Wir haben 21 Click-its? What the fuck? Achso. Okay. Ähm. Haben wir 12 Pfeile haben wir. Alles klar. Halt, wenn ihr irgendwas Geiles bekommen habt. Keine Fake-PS4. Das ist, genau, das wollte ich sagen, was das ist. Fake-PS4 sind so diese PS4-Kartons, wo dann irgendwie Scheiße drin ist. Wisst ihr, was ich meine? Stör ab halt. Er schirrt einfach nicht, ne? Und ich bin tot. Ah lol, nicht ernsthaft. Ach, komm schon. Ach, ist doch Scheiße jetzt. Oh, nö. Wir machen nochmal einen Versuch, auf jeden Fall. Oh ja. Ich finde den Modus eigentlich ganz geil, auch wenn ich grad ein bisschen warten muss. Ähm. Wisst ihr was? Ich mach einfach, ich mach einfach eine Runde Jump League hinten dran, weil, äh, ich grad Bock drauf habe. Ähm. Hier, gehen wir mal hier rein, weil da kann ich nämlich auch starten und so. Übrigens, vielen Dank an die Kommentare, die meinten hier so, ja, du kannst dich auch nicken. Ich bin jetzt CMC0726. So nenne ich meine Freunde normalerweise immer. Ähm. Ja, also ich kann hier auch starten, bei Kliket gibt's eben nicht, deswegen wird's ja grad ein bisschen zu lange dauern. Aber, ähm. Also, ich denke, der Eindruck ist klar geworden. Ich find den Spielmodus ganz geil, ich find's aber cooler, wenn man in eine separate, in eine separate Arena teleportiert werden würde. Ähm. Sprich, so eine Arena wie hier bei Jump League. Einfach. Fände ich persönlich geiler. Ähm. Muss man hier rüberspringen jetzt? Ah ja, tatsächlich. Okay. So, haben wir hier schon mal sowas hier gewonnen? Gewonnen. Ähm. Also, Fake-PS4. Nochmal kurz zu Ende erzählen. Wenn in einem Karton keine PS4 drin ist, sondern nur so wirklich scheiße, so ein Holzblock, damit's einigermaßen... Nein! Ach, bin ich ein Trottelkind? Ach, nö. Ach, Mann, oh. Ach, ne, ernsthaft jetzt? Ich bin ja echt falsch gesprungen gerade. Nochmal, den ganzen Kram. Ja, ist so eine Fake-PS4 halt, ne? Kennt ihr ja wahrscheinlich. Ähm. Finde ich relativ lustig, aber ich find's immer voll schade. Ach, Mann. Ich find mich grad ziemlich schade, ey. Ich find's super schade, dass ich bin gerade. Oh, Mann. Ach, nö. Ich kam nicht an meinen Anfang grad. Was ist denn los mit mir momentan? Das sind einfach nur Sprünge, die ich springen muss. Ist doch nicht so schwer jetzt. Und es leckt wieder mal. Ach, mein Rechner ist so im Arsch, ne? Es ist unfassbar, wie mein Rechner im Arsch ist. So, jetzt aber mal vielleicht. Springen wir hier drauf, dann springen wir hier drauf, dann hier drauf und dann da drauf. Und von dort springen wir hier drauf und von hier da drauf und dann haben wir's auch geschafft. Wow! Wow, hey! Achso, das ist dieser coole Parcours, den ich so gerne mag, weil man den so schräg springen kann. Ich hab bisher da keine Fragen rausgesucht, was ein bisschen doof ist, weil ich eigentlich nur Fragen raussuchen wollte. Aber da wir jetzt auf einmal Jump League spielen, kann ich's grad nebenbei nicht machen. Egal. Ja, Weihnachten, was hab ich so bekommen, was euch interessieren sollte. Ihr wisst eigentlich schon alles. Eigentlich nur mein Mikrofon und mein Mischpult, wo ich mich so dolle gefreut habe. Ach, guck mal, das hier rüberspringen jetzt und da ist es natürlich, anspruchsvolle Parcours. Da find ich schon nice eigentlich. So was find ich originell. Ah, da komm ich sogar da dran. Pass, perfekt. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich da und da rum springen will oder nicht oder wie. Dann machen wir das doch mal, oder? Ach, nee. Ach, nee. Das ist ein Fake, oder was? Da lang zu springen. Da kann man gar nicht lang. Ach, okay, gut. Ich bin einfach mal wieder der Beste. Ah ja, komm. Ich gönne mir heute wirklich mal. Ähm, ja, also wirklich eigentlich nur Geld, halt das Übliche. und, ähm, mh, ich überlege, ob ich das alles bekommen habe. Äh, nein, nein, fall nicht runter. Ja, Geld. Und, und mein Mischpult und Parfum habe ich bekommen. Parfum. Parfum. Ich mag Parfum. Aber, okay. Ich will mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich, 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 what the fuck? Kann ich da jetzt lang oder nicht? Alter, willst du mich verarschen? Ich komme doch nie im Leben da an den Sprung dran, oder? Weil da ist nämlich kein Wasser mehr. Ich komme doch nie im Leben da ran. Aber, ich springe nochmal jetzt hier lang. So. Und dann muss ich darüber springen jetzt, oder wie? Ne, also, komm, bitte, Leute, ernsthaft jetzt. Ach, Mann, ich reg mich wieder auf über dieses Spiel, ne? Oh, Mann. Oh, Mann. So. Sagt mir bitte, wo es lang geht, Leute. Kann ich von da, von der Kiste da drauf springen? Ah, lol, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich bin ein bisschen doof in meinem Kopf, anscheinend, ab und an mal. So. Schön. Und die hängt hier einfach so mit dem Leeren rum. Finde ich gut. Nein! Oh Gott. So. Ja, ich bräuchte wieder mal einen Hanisch, weil ohne Hanisch. Oh, nee, komm schon. Perfekt. Ey, wir brauchen einen Hanisch ganz dringend. In der nächsten Truhe, bitte mal einen Hanisch. Ah, es leckt, ich back wieder ein bisschen zurück, finde ich auch Hammer nice. So. Komm, Hanisch. Äh, ja, geil, ey, ich kann davon nichts gebrauchen in der Truhe. Finde ich richtig geile Truhe. Ja, wird wahrscheinlich nichts mit uns, ne? So wie es gerade aussieht. Es sei denn, ja gut, wir sind eigentlich relativ gut dabei. Und diese Sprünge kann ich komischerweise sehr gut. Ich weiß auch nicht warum, aber bei den Sprüngen bin ich eigentlich immer relativ gut. So. Aber jetzt muss ich kurz anhalten. Ah, guck mal. Perfekt. Gold haben wir auch. Aber guck mal die Rüstung von uns an. Und den verkacke ich meistens immer danach. Ne, perfekt. So. Okay. Ups. So, okay, perfekt. Ja gut, hat es ganz gut funktioniert. Bin es glaube ich gleich. Oh Mann, ey. Da habe ich kurz ein Leck gehabt. So. Nochmal. Hier rüber. Ja. Ich hasse Dreiersprünge, ne? Die so hoch gehen dann. Alter! Jetzt bin ich oben hängen geblieben, oder was? Das ist aber ein Trick, wenn du nämlich einmal jumpst vorher und dann anläufst, kannst du die Sprünge richtig elegant schaffen. Das finde ich eigentlich, habe ich neu herausgefunden, den Trick. Aber Hanisch ist immer noch nicht drin. Für uns ist hier so ein Vierersprung. Habe ich auch mal gar keinen Bock drauf. Also nochmal. Hier heißt es einmal kurz springen, nach vorne gehen und dann schaffst du den Sprung eigentlich immer. Außer gerade. Oh Mann ey. Aber wir sind Erster, wenn wir jetzt nicht verkacken. Komm. Ich mache den jetzt so. Komm. Perfekt so. So. Und da ist jetzt ein Vierersprung. Heißt wir machen ihn durch. So. Wunderbar. Dann haben wir mal durchgemacht, ne? Hammer geil. Hier rüber. Da hoch. Perfekt. Hanisch? Ne. Aber eine Feder. Aber eine Feder. Das ist besser als ein Hanisch auf jeden Fall. Och nö. Och nö. Nicht das Haus. Das war mit Tim auch schon so scheiße. So hier rum. Hier rum. Hier rum. Hier. Oh nein. Und hängen geblieben. Okay. Nochmal dasselbe. Andere Sacken fallen. Nochmal dasselbe. Erschafft mir das aber. Pass mal auf. Also man muss hier gar nicht springen über den Ecken. Man kann ja so einfach rüber laufen. Wollte ich nur mal sagen. So. Dann hier wieder runter. Und dann hier so rüber. Dann hier so rüber. Und hier nicht bis zum Rand springen. Sondern ein bisschen früher abspringen. Hier hoch. Ah. Oh. Dankeschön. Really? Ah ja. Nur noch ein paar Sekunden Zeit. Dann ist es schon vorbei. Das Spiel hier. Okay. Gut. Haben alle. Oh Mann ey. Das ist doch nicht wahr gerade. Aber wir haben ein gutes Equip. Wir können die Runde gewinnen. Alles ist safe erstmal. Ich muss gar nicht mehr springen jetzt so wirklich. Wir sind Erster zumindest. Bis hier hin. Dann bekommen wir dann auch was geiles. Auch ohne zu gewinnen. Kommen wir da auch irgendwas geiles an Equip? Ne ne. Ne. Team sage forbidden and will be banned. Guck mal da ist irgendjemand. Und. Ein bisschen herum. Oh guck mal. Und jetzt darf ich dem hinterher laufen. Da ist noch einer. Ach. Essen bräuchte ich nicht. Essen ist was für. Leute die hungrig sind. Ich bin nicht hungrig. Nur kill hungrig. Hier war doch gerade eben ein Typ. Wo ist der hin? Der war doch gerade eben hier. Da ist der. Hi yo. Max. Maxmon. Ist wer Single? Really? Ach ich. Ich bin Single. Willst du mein Feind sein? Okay. Er will schreiben. Guck mal. So kann man auch hier wunderbar. Würde es immer schreiben. Hier hast du Bock auf ein Date oder so wahrscheinlich. Würde er gerade schreiben. Aber erstmal schön weg slain. Ja. Ähm. Hier sind die. Komm ich hier wieder zurück? Irgendwie. Komm mal hier. Komm ich. Ach guck mal. Der spawnt einfach mal wieder. Dann kämpfen die beiden gerade. Und dann staue ich einfach mal beide ab. Dankeschön. Hallo. Just irgendwas. Ah ja. Ich muss ganz dringend mal. Äh. Essen. Wo ist der M-Typ wieder? Ah. Der wirft mir Essen hin. Ja. Finde ich gut. Warum wirfst du mir Essen hin? Weiß ich noch einmal. Versuch gerade von dir. Oder wie? Ah lol. Lol. Da. Du bist da der Single-Typ. Ne? Ah. Der leckt ein bisschen rum. Bei leckenden Leuten. Da gehe ich nicht so gerne hin. Weil. Weiß ich nicht. Hallo. Hi. Hi. Warum fragt ihr, ob jemand Single ist in Minecraft? I don't get this. Ah. Ich wollte eigentlich so auf den das draufgehen gerade. Hier so. Boah. Wie ist immer leckt, ne? Ich habe keine Frame-Einbrüche. Aber es leckt einfach. Leon. Alle haben richtig bad Equip, ne? Ich bin der Einzige mit geilen Equip. Okay. Wo sind die alle hin? Es ist eigentlich gar keine. Es ist eigentlich gar nicht so. Okay. Außer, dass die halt wirklich hart rumlecken. Es ist eigentlich relativ leicht. Die alle zu besiegen, weil die einfach kein Equip haben. Einfach in der Luft. So. Wir müssen gar nicht essen. Aber guck mal. Alle paar Sekunden habe ich eben einen kurzen Leck. Ich sage ja, mein Rechner ist wirklich voll im Arsch. So. Hier kommt Angel-Trick. Angel-Kombo. Aber dann leckt es wieder. Entweder. Ich weiß nicht, ob es was jetzt leckt. Ob der Server leckt. Oder ob ich lecke. Ich treffe ihn halt auch gar nicht gerade. Keine Ahnung, was da los ist. Fragt mich nicht, Leute. Aber immer wieder. Vielleicht sieht man es in der Dingens auch gar nicht. In der Aufnahme. Ah, gut. Der war ein One-Hit. Wo ist der Nächste? Der ist da hinten irgendwo. Aber immer wieder ganz kurz. Das regt einfach mega auf. Aber. Naja. Wie gesagt. Irgendwann ist mein Rechner ganz im Arsch. Und dann kann ich keine Videos mehr machen. Da freue ich mich schon drauf auf die Zeit. Die wird cool. Die Zeit ohne YouTube. Drei, vier Monate ohne YouTube. Bis ich Kohle habe. Oh ja. Ich esse und kann nicht essen. Ah, das finde ich wiederbekommen. Ausgekotzt. Ja, geil. So. Just PS. Achso, da noch der bestequipteste Typ. Hi. Ach komm. Können wir kämpfen? Ich habe keinen Bock, dich jetzt wegzudingen. Okay, komm. Lol. So. Okay. Da haben wir gewonnen. Das Spiel kann ich besser als Click It. Aber Click It finde ich persönlich auch ganz geil. Wenn ihr mal Click It sehen wollt, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Irgendein Spiel, was ich gerne spielen soll. In den Kommentaren. Sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann ja. Hauen Sie rein. See uns beim nächsten Mal wieder. Morgen dann auf jeden Fall. Morgen kommt Roomtour. Und so. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.